Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3906 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das erste Getränk geht aufs Haus. Das ist bei unseren Stammkunden so üblich. Das erste Getränk geht aufs Haus. Das ist bei unseren Stammkunden so üblich. Warum sitzt du im Schneidersitz auf dem Boden? Ist das so bequem? Warum sitzt du im Schneidersitz auf dem Boden? Ist das so bequem? Warum sitzt du im Schneidersitz auf dem Boden? Ist das so bequem? Sofort anhalten und Zündschlüssel abziehen. Ich benötige Ihren Führerschein und Fahrzeugschein. Sofort anhalten und Zündschlüssel abziehen. Ich benötige Ihren Führerschein und Fahrzeugschein. Das Problem sehe ich jetzt zum ersten Mal. An dieser Schule gibt es so viele eifrige Schüler, und es macht mir Spaß, sie zu unterrichten. Sandras Gesicht ist halb von einer Sonnenblume verdeckt. Sandras Gesicht ist halb von einer Sonnenblume verdeckt. Achte beim Rasieren deiner Beine darauf, dass die Rasierklinge nicht stumpf ist. Achte beim Rasieren deiner Beine darauf, dass die Rasierklinge nicht stumpf ist. Ich teste jedes neue Sportgerät, um herauszufinden, ob es mir helfen kann. Man kann nasse und trockene Haare färben. Man kann nasse und trockene Haare färben. Es kommt darauf an, was sinnvoll ist und was die Kundin wünscht. Was werden wir heute tun? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Heute kochen wir das Gericht gemeinsam. Heute kochen wir das Gericht gemeinsam. Ich zeige dir, wie es geht. Ich zeige dir, wie es geht. Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Mir ist das Bild zu dunkel. Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Mir ist das Bild zu dunkel. Du musst mich nicht halten. Ich kann alleine rutschen. Du musst mich nicht halten. Ich kann alleine rutschen. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Beim Fahrradfahren soll ich immer einen Helm aufsetzen. Meistens vergesse ich es. Beim Fahrradfahren soll ich immer einen Helm aufsetzen. Meistens vergesse ich es. Im Ruhestand fühle ich mich großartig. Alle Verpflichtungen sind vorbei. Ich habe alles vorbereitet. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich zu langsam bin. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich zu langsam bin. In der Mittagspause habe ich schon wieder mehr Geld ausgegeben, als ich heute verdient habe. Am Meer laufe ich besonders gerne. Am Meer laufe ich besonders gerne. Da kann ich tief durchatmen. Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Die neuen Schuhe drücken ein bisschen. Die neuen Schuhe drücken ein bisschen. Vielleicht hätte ich sie größer kaufen sollen. Die neuen Schuhe drücken ein bisschen. Vielleicht hätte ich sie größer kaufen sollen. Es schmeckt gut. Ich verrate dir mein Bananeneisrezept. Es schmeckt gut. Ich verrate dir mein Bananeneisrezept. Es schmeckt gut. Ich verrate dir mein Bananeneisrezept. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.